Ich werde häufig gefragt, was heißt eigentlich Queer? Für mich heißt Queer vor allem das Infragestellen von Normen, Konventionen, Ritualen und Traditionen. Für mich heißt Queer vor allem eins, Selbstbestimmung. Queer heißt für mich sexuelle Selbstbestimmung, körperliche Selbstbestimmung und soziale Selbstbestimmung. Leider sind wir davon noch sehr weit entfernt. Noch immer werden die von den allgemeinen Menschenrechten, dem Grundgesetz und der Kinderschutzkarte verbrieften individuellen Selbstbestimmungsrechte durch Kollektivrechte, das Recht des Stärkeren, außer Kraft gesetzt. Ohne Rücksicht auf den eigentlichen Menschen. Queer heißt für mich Selbstbestimmung. Und somit ist für mich der Kampf um das Recht auf genitale Selbstbestimmung für alle Kinder ein zutiefst queeres Anliegen. Denn jedes Kind vernient den gleichen Schutz, unabhängig von Geschlecht und Genital.